Was? Warum? Wieso? Wer? Wen? Wo? Woher? Wohin? Wie? Wann? Welcher? Was ist das? Was ist das? Warum kommst du zu spät? Wieso arbeitet er nicht heute? Wer sind sie? Wen fragen sie? Wo wohnen sie? Woher kommen sie? Wohin gehst du heute? Wie heißen sie? Wann fahren sie nach Berlin? Welches Auto haben sie? Welches Auto haben sie?